So, da sind wir schon wieder bei. Mein Controller ist aus. Was ist denn hier los? Nur weil ich zwei Minuten nicht benutzt habe. Also Aufgabe ist wie folgt. Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Sanctuary. So, Sanctuary ist direkt unter mir. Ich zeige es euch schon mal gerade auf der Minimap. Wie gesagt, ihr seht es schon, da habe ich es markiert, aber ihr wisst ja inzwischen, fliegt einfach grob drüber. Dann seht ihr das Ganze schon auf der Minimap. Minimap, Achtung, wir fliegen jetzt mal wirklich, ja, da, ihr seht es ja schon. Wenn ihr unten an die Palme guckt, seht ihr schon das blaue Item. Auf der Minimap sieht man es jetzt noch nicht. Achtung, achtet auf die Minimap. Minimap, komm, pop auf, zack, da seht ihr das Mikrofon. Da dann einfach hinfliegen, zack, und weiter geht's. Verteile unsere Panzerabwehrmunition an das Personal der Sieben auf der Insel. Bleib auf dem Kanal, während du unterwegs bist. Wir müssen reden. So, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich hier schon durch. Ich sage, es sind immer so geschenkte XP. Holt euch die mit. Man kann es schon echt fast als XP-Clitch gelten lassen. Also, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Leveln. Denkt dran, holt euch die XP auf jeden Fall mit. Ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video. Auf jeden Fall, danke für ein Like. Gern noch einen Kommentar drunter hauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.